Lexus zeigt mit seiner Oberklasse-Studie LFFC, wie schön Design sein kann. Doch die Vision von einer Limousine der Zukunft ist nicht nur hübsch anzusehen. Der Brennstoffzellenantrieb gibt seine Kraft an die Hinterräder weiter. Radnaben-Elektromotoren an der Vorderachse machen aus dem LFFC einen Allradler. Die beiden Systeme verteilen die Antriebskräfte zwischen Vorder- und Hinterrädern in Millisekunden und sorgen so für mehr Stabilität und Agilität. Die 5,30 Meter lange Limousine bietet so als sportlicher Gleiter auf Autobahnen und Landstraßen besonders viel Fahrspaß. Der markante Gran Turismo verbindet progressiven Luxus und Hightech. Die Front dominiert der Diabolo-Grill mit L-förmigen Tagfahrleuchten bis in den Kotflügel hinein. Das Heck bestimmen bis zum Nummernschild reichende Leuchten mit einer neu interpretierten Diffusor-Einheit. Wir haben hier eine Studie, eine Oberklassenstudie mitgebracht und wir wollen zeigen, welches Know-how, welche Kompetenz Lexus in der Oberklasse hat. Und in naher Zukunft wird es ein neues Oberklasse-Modell geben bei Lexus. Und dieses Fahrzeug wirft einen Ausblick darauf, wie es sein kann. Es wird groß sein, es wird ein statusorientiertes Auto sein, das sehr elegant ist und über die neueste und sauberste Antriebstechnologie verfügen könnte. Der neue Lexus RX 450h tritt gegen den BMW X5 oder den Audi Q7 an. Der edle Luxusgleiter punktet mit üppiger Ausstattung und ausgezeichneter Verarbeitung. Er hat einen 12,3 Zoll großen Multifunktionsbildschirm und elektrisch einstellbare und beheizte Sitze auch im Fond. 12 cm länger ist der Luxushybrid geworden. Das Ladevolumen stieg von 446 auf 593 Liter. Maximal passen mehr als 1600 Liter in den großen Japaner. Der mächtige Kühlergrill des RX 450h ist eine Ansage und gibt dem Hybrid-SUV Souveränität. Er ist 14 PS stärker als sein Vorgänger. Die 313 PS stammen von einem 3,5 Liter V6-Benziner und zwei Elektromotoren. Der Sprint von 0 auf 100 ist nach 7,7 Sekunden vorbei. Maximal wird der 2,2 Tonner 200 kmh schnell. Ein Soundgenerator sorgt für den passenden Klang, wenn es mal nicht elektrisch leise, sondern etwas kerniger vorwärts gehen soll.